Ja, da rennt er einfach mit dem Lenkradstaf. Und der Papst signet die Stelle. Ein spektakulärer Sieger. Und hier reißt es ihn den Spoiler ab. Ein Schuhmacher ist Weltmeister. Watt. So, that is the typical Handbewegung. Ja, und ich hätte gerne das Brachkorb. The Rote Schweindel. Fine, bitte Norbert. Entschuldigung, gehe ich recht in der Annahme, dass du nicht mehr für Ferrari fährst. Ja, doch, also manchmal schon. Dann bist du Testfahrer. Nicht nur. Nicht, aha. Du berätst das Team. Nein. Du bist Motorenentwickler. Stiefelknecht, Vizepräsident. Ist der Teamchef. Falsch, falsch. Die gehört der ganze Laden. Nein. Achtung. Herr Göttländer. Das bist du. Nein, gut, weil bei dem, was der alles macht, wahrscheinlich ist er bei Ferrari der Praktikant. Oh, well, schuh mich. Das ist richtig. Ich bin Praktikant bei Ferrari, ja. Ja, und der Daumen. Ja, damit mache ich in der Box die Kaffeemaschine an. Ja, ich muss unbedingt die Corinna anrufen. Sie muss mir nochmal sagen, wie viel Kaffeepulver in so ein Kaffee reinkommt. Der schmeckt nämlich nicht. Ja, ich muss mich.